Hier ist Aufzug 10 und da drüben ist Aufzug 9, oder? Schau mal kurz schnell. Das ist Baus 6, glaube ich, auf dem Kabinett, wenn ich überhaupt zur Vorsorgsfahrt habe. Eine andere Schlüssel. Der Sand, der Salamander, Gebäude ist ziemlich groß hier. Irgendwo ist der Lasten aufzug. Schneider und so weiter. Ich habe eine gute Aussicht. Hier gibt es keine Aufzugsschacht. Ach so viel. Ah, da brauchen wir eine andere Schlüssel. Ich habe keine Schlüssel, ich meine, mit denen nicht. Das ist ein Werk ist das. Das ist ziemlich groß. So. Es ist okay irgendwo, muss ich irgendwo ein lassen aufzug geben. Ich weiß nicht, wo der Lasten aufzug ist. Hier gibt es so viele Baucheis, es geht vom Baucheis bis hin. Das ist hier. Ein kaputter Alarm. Auf dem Teil, Peter. Das ist immer doof. Das ist immer doof. Das ist immer doof. Das war jetzt mal neuer. Die Sonnennotruhe sagt bitte 3 bis 5 Sekunden, aber ich will nicht wirklich denken, ich will nicht wirklich denken. Ich sollte nur dieses Laune, diese Autopäe, keine. Das ist eine schöne Aussicht hier, auf diesem Engelhof. Das ist eine große Tour, also da gibt es keinen Ort, da gibt es ja keinen. Also vielen Dank für das Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao, mein Anschluss geht dir auch nicht. Ciao und bleib gesund! Das drüben ist auch gleich, oder? Oder ein anderer? Ich glaube eh nicht. Ja, der ist gleich. Tschüss und bleibt gesund, bis zum nächsten Video. Ciao Leute und bleibt gesund!